Das Instrument, das du jetzt gerade gehört hast, ist das Garnett. Das Garnett ist sozusagen das kleine Geschwistertitel der Trompete. Sie ist etwas kleiner und etwas leichter zu halten als die Trompeten, aber sie klingt und man spielt es auch genau gleich mit der Trompeten. Mit der Trompeten kannst du feine Musik, aber auch rockige Stücke spielen. Musik 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 Musik